80 Zentimeter über dem Erdboden, nicht viel, aber immerhin, das Wasser müsste 80 Zentimeter steigen, bis ich nasse Füße kriege. Ich darf dann nur nicht raus aus dem Bauwagen, dann müsste ich schwimmen. Und der Tisch, der wäre unter Wasser. Ja, naja, ich, oh, hallo, ja, ich untersuche gerade, was passieren würde, wenn es hier Hochwasser gäbe. Na, ich meine nur, theoretisch, in der Stadt hat es ja sowas noch nie gegeben, aber man kann nie wissen. Gerade heute Morgen habe ich es gelesen, hier, schwere Stürme über der Nordsee, Küste in Alarmbereitschaft. Der Wasserpegel stieg auf sechs Meter über Normal. Das muss man sich mal vorstellen. Das Wasser steigt sechs Meter höher als sonst. Das heißt, so hoch wie ein zweistöckiges Haus. Ich weiß aber auch, warum das jetzt gerade passiert. Es ist ja nicht nur der Sturm. Der Mond ist auch nicht ganz unschuldig dran. Der macht ja Ebbe und Flut, aber heute ist Neumond. Und das heißt, die Flut steigt höher als sonst. Wir haben Springflut. Aber es kommt noch schlimmer. Ich weiß gar nicht, ob die Fachwelt das schon mitgekriegt hat. Aber hier steht es. Der Mond, der eiert ja ein bisschen um die Erde. Und übermorgen steht er der Erde am nächsten. Und das heißt, das Wasser im Meer steigt noch höher. Womöglich höher als die Kaimauern. Höher als die Deiche. So wie hier. Da hat die Nordsee eine ganze Stadt überflutet. Die Deiche, die das Wasser draußen halten sollten, sind gebrochen. Es ist schon eine Weile her. Ein Sturmtief über dem Atlantik schob eine Springflut in Richtung Holland. Und das Meer wurde zu einem tosenden Ungeheuer. Diese Wassermassen haben eine gewaltige Kraft. Sie zerstören Deiche, Uferbefestigungen, Straßen. Ja, und dann strömen sie womöglich durch die Flussmünderung ins Land hinein. Sie reißen alles mit sich. Überfluten dann ganze Landstriche. Ja, so sah es damals in Holland aus. Die Hälfte des Landes wäre in der Nordsee versunken, wenn alle Deiche gebrochen wären. Wenn man nicht versucht hätte, sie zu befestigen. Mit Sandsecken. So was kann immer wieder passieren. Auch an Flüssen, zum Beispiel an der Oder. Und an der gesamten Nordseeküste. So sieht's bei Sturmflut an der friesischen Küste aus. Land unter. Wer jetzt sein Haus nicht auf einem Erdhügel gebaut hat, ist schlecht dran. Das merken auch ahnungslose Touristen, die bei Sturmflut einen Spaziergang machen wollen. Die wären besser zu Hause geblieben. Denn die tonnenschweren Brecher reißen auch Seebrücken ein. Und Kaimauern. Aber hier möchte ich jetzt nicht wohnen. Solche Brecher an meinem Bauwagen? Na ja, ich könnte mich natürlich retten. Auf meine Terrasse. Aber so weit darf es gar nicht erst kommen. Ich muss was unternehmen. Ich muss rauskriegen, wie hoch das Meer steigen könnte. Und wie hoch die Deiche sind. Na, dann wissen wir mehr. Also, auf zur Küste. Mehr sehen ist gut. Ist ja gar kein Meer. Wo ist das Meer? Und überhaupt ein sehr seltsamer Deich. Da geht er so steil nach oben. Und dann fällt es so flach ab hier zum Meer. Wenn es denn das Meer ist, ja doch da hinten. Das muss doch ein Schiff sein, oder? Ja. Ja. Ein Schiff. Ein großes Schiff fährt direkt durchs Land. Das gibt es ja gar nicht. Wie ist denn das? Ah, Moment. Das könnte natürlich so sein, dass jetzt gerade das Meer sich zurückgezogen hat. Bei Ebbe, nicht? Ich habe hier eine, ich habe hier eine Gezeiten-Tabelle. Da steht ja alles drin. Ebbe und Flut. Ihr wisst ja nicht. Und bei Ebbe geht das Meer natürlich weg. Und dann sieht das so aus wie hier. Womöglich. Ja. Ja, genau. Jetzt ist Ebbe. Niedrigwasser. Kein Wunder, dass ich kein Meer sehe. Daran wird es wohl liegen, denke ich. Na ja, trotzdem. Dann wird das ja vielleicht doch der Deich sein hier. Da werden wir mal messen. Wie hoch ist er denn nun? Und ist er hoch genug, wenn das Meer steigt? Auch bei Sturmflut? Ja. Vielleicht von hier. Von hier so. Ja. Das sind schon mal, ja. 1,60. Von oben bis hier hin. Hallo, Sie. Hallo, Moin. Wo oder nein? Ja. Ja. Können Sie ein Stück mitfahren? Ja, gerne. Ich wollte sowieso mal da hinten hin. Na gut, kommen Sie. Na, danke. Herr von Heinz, kannst losfahren. Vorsicht. Der Eisenbahn wird ja seltsam. Ist das da für Touristen oder so? Das ist eine Feldbahn. Mit der transportieren wir Baumaterial. Für unsere Baustellen brauchen wir sehr schweres Material. Auf dem Tourland, in dem weichen Boden würde ein Lastwagen nur einsinken. Was bauen Sie so schönes? Was bauen Sie so schöne Deiche? Sie bauen Deiche. Ja, also ist das hier ein Deich. Ja, aber sagen wir mal, warum bauen Sie die denn so unordentlich? So. So. Na ja, so verschieden, nicht? Wenn wir zur See hin, fallen die ganz flach ab. Und zum Landhänden haben Sie wohl nicht nur die Erde gehabt, nicht? Da geht es so steil. Nein, nein, das muss es sein. Bei Flut rollen sich die Wellen auf dem Vorland langsam aus. Und wenn Sie dann hier auf die sanfte Schräge von dem Deich treffen, dann verlieren Sie beim Hockglättern langsam Ihre Kraft. Und so kann der Deich nicht kaputt gemacht werden. Ah ja, so muss man sich das also vorstellen. Zum Meer hin ist der Deich lang und flach. Da kann die Flut sich austoben. Und innen drin, unter der Erdschicht? Sand? Na, der könnte doch weggespült werden vom Wasser. Da müsste doch die Steine an einigen Stellen zur See hin einstellen. Das sind kleine Wellenbrecher. Da hat das Meer keine Chance. Zum Land hin noch Rasen drauf. So sieht es besser aus. Jetzt möchte ich aber endlich mal das Meer sehen. Das Meer ist ja nun Tag hinten. Wieso ist denn dann der Deich so weit weg? Früher reichte das Meer bis an den Deich. Aber jetzt ist hier das Vorland. Dieses Vorland wird jeden Tag von der Flut überspült und dabei setzt sich Schlamm und Schlicker. Dann kommt das ja alles so langsam ein bisschen höher. Hier kann aber durch die Gräben bei Ebbe das Wasser wieder abfließen. Dadurch haben wir neues Land gewonnen. Das Wichtigste ist aber, dass sich bei Flut die Wellen hier auf dem Vorland langsam ausrollen können, bevor sie auf den Deich treffen. Sehr praktisch. Und außerdem, hier wird es ja wieder grün. Das ist ein ganz kostbarer Lebensraum für Tiere und Pflanzen geworden. Hier gibt es jetzt wieder Kiebitze, Austernfischer, Schnäpfen. Hier gibt es jetzt wieder Kiebitze, Austernfischer, Schnäpfen. Hier gibt es noch eine Kiebitze, die in den Schlickerramm, Steine dazwischen gepackt, damit sich bei Flut die Wellen daran brechen können und das Vorland nicht weggeschwemmt wird. Aha, also schützt die Lahnung das Vorland. Und? Und das Vorland schützt den Deich. Richtig. Apropos Deich. Sagen Sie mir noch mal, wie hoch ist denn nun der Deich? Also hier haben wir ungefähr 8,20 m über Normalnull. Bei einem Tidehub von 3 m sind das noch gut und gerne 6,70 m über dem mittleren Tidehuchwasser. Mir schwirrt der Kopf. Das kann ich ja gar nicht alles behalten. Ja, aber wenn Sie mehr über Deich gewissen wollen, dann fragen Sie am besten die Deichgräfin. Deichgräfin? Ja. Wo finde ich denn die? Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Der Deichbaufritzer hat mich ganz schön durcheinander gebracht. Normal Null. Tidenhub. Und das ist doch nicht die Deichgräfin. Egal. Ich messe mal wieder den Deich. Das waren 5 m. 5 m Deichhege über dem Pflaster. Jetzt geht es ja flach runter zum Meer. Das muss ich abschreiten, dann kann ich berechnen. 1, 2, 3. Endlich sieht man mal das Meer. Aber wie kommt denn ein Schäfer hier auf den Deich? Es scheint ein bekannter zu sein von dem Deichbauingenieur. Mach doch mal Platz hier. Ich muss doch messen. Was ist das denn für einer? Er ist aus der Stadt, will wissen, wie hoch der Deich ist. Er tut keinem was. Wo kommt denn die hier her, die Schafe, mitten auf dem Deich? Ist ja ein dicker Hund, ne? Dann frage ich mal den Schäfer. Könnt ihr auch nach Ahm? Sie sind sicher, der Schäfer. Wie hoch ist der Deich? 5 m über dem Binnenland. Ja, das habe ich ja auch gemessen. Aber wie hoch ist er über dem Wasser? Hoch genug. Hoch genug. Damit kann ich auch nicht viel anfangen. Dann wünsche ich noch viel Glück beim Essen. Tschüss. Und schönen Dank auch. Da drüben gibt es so schöne fette Wiesen. Müssen Sie Ihre Schafe unbedingt hier auf dem Deich weiden lassen? Ja. Die armen Tiere haben ja schon ganz schräge Hufe. Ja. Ist das überhaupt gut für den Deich? Ja. Na ja, ich meine, Sie halten das Gras kurz, nicht? Ja. Das ist ja auch ganz gut für den Deich, nicht? Eine kurze Grasnarde, das hält den Deich obenrum zusammen. Dann kann der Wind die Erde nicht wegwehen, nicht? Ja. Ja. Ja, aber... Ah, sehen Sie mal, Sie... Sie machen aber überall hin. Ja. Ja, ich meine, das ist... Na ja, es ist auch wieder Dünger fürs Gras, nicht? Ja. Aber trotzdem... Wenn Sie hier überall so rumtrampeln, die Schafe, meine ich, dann könnte es doch kleine Löcher geben, nicht? Nee. Nee. Ach, da, da, nicht? Sehen Sie, da ist ein Loch. Da könnte doch was passieren. Bei Sturmflut zum Beispiel, nicht? Da könnte doch das Wasser reinlaufen und dann spülst die Erde weg, nicht? Ja, das ist ein Mauseloch. Ach, ein Mauseloch. Na ja, das wäre ja gefährlich. Na ja, dann trampeln ja die Schafe die Löcher eher zu, nicht? Ja. Ja. Ja, aber was ist nun, wenn ein Schaf ein Loch übersieht? Dann könnte es doch eine Katastrophe geben, ne? Nun, pass mal auf. Ich vertelle die Mauseloch'sche Geschichte. Ja. Frau Mieke und ihr Schaf wohnten in einem kleinen Haus hinter dem Deich. Frau Mieke bestellte ihren Garten, versorgte ihr Schaf und lebte ansonsten ruhig und zufrieden. Aber eines Tages, an einem frühen Herbstmorgen, zog ein Unwetter am Himmel auf. Bald pfiff ein schwerer Sturm über das kleine Bauernhaus. Der mächtige Wind wühlte das Meer zu einer Sturmflut auf. Das Wasser stieg und stieg und immer wieder schlugen große Wellen mit Wucht auf den Deich. Das Meer hatte solche Kraft, dass er schließlich ein Loch in den Deich schlug. Und strömte durch den Deich und überschwemmte Frau Miekes Garten. Frau Mieke sah das Wasser kommen und erschrak. Sie rief nach ihrem Schaf und rannte mit ihm rasch zum Loch im Deich. Frau Mieke nahm das Schaf und setzte es mit dem Hindern voran in das Loch. Aber das Loch war zu groß. Oder das Schaf war zu klein, denn noch immer strömte Wasser durch den Deich. Frau Mieke lief schnell zum Haus und kam mit einem großen Sack voller Leckereien zurück. Dann musste das Schaf fressen. Schokolade, Grießbrei, Kuchen, Pudding und Dampfnudeln. Das Schaf schlug sich den Bauch voll. Es wurde fetter und fetter. Bald floss immer weniger Wasser durch den Deich. Das Schaf wurde so dick, dass es das ganze Loch ausfüllte und nur noch spärliche Tropfen durch den Deich sickerten. Schließlich ließ der Wind nach. Das Meer beruhigte sich. Das Land war gerettet. Ja, aber wie stopft man ein Loch denn nun wirklich, wenn man nicht gerade ein Schaf hat? Da werden kleine Sandsäcke in das Loch gestopft. Wenn das aber nicht rechtzeitig passiert, dann kann der Deich brechen. Oh, ja, dann schwappt das Wasser ja über und läuft ins Land rein, ne? Sie, ich muss unbedingt eine Deichgräfin treffen. Wo finde ich die denn? Ach, tschüss. Ich lebe die Höfe, Herr Rimm. Bekommen Sie mal hier am Dittlang. Für Achtern an Seelfobie. Achtern an Seelfobie? Ja. An Dittlang. Tschüss, danke. Also, was hat er gesagt? Fünf Meter über dem Binnenland. Hoch genug bei Hochweißern. Ganz schön kompliziert das. Das ist ja wohl das Siel, was der Schäfer meinte. Da muss das ja so ein Sielwärter sein. Anscheinend hat er Probleme. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Vier Meter, ja. Ist da was passiert? Ja, da ist ein Balken zwischen. Wo kommt denn das her? Vom See kommt er. Das ist hier reingetrieben. Und nun kriegen wir eine Seeltore nicht zu. Ja, ja. Ja, ja. Nun fuck mal mit an hier. Ja, ja, Moment. Stehst doch rum und guck. Heißt denn das, dass das jetzt das Wasser hier in den Deich reingeht? Ja, genau. Und das darf er nicht. In's Land rein? Nee. Moment. Ja, du. Ja. Geht das hier? Ja, das geht. Ja, nimm das, Mann. Ja, das haben wir gleich. So, hier rein. Ja, oh. So, da ist er. So. Und jetzt fahr ein. Moment, Moment. Und Olli schimpfen, dann geht das auch. Stell dir nicht nur an. Ja, jetzt steh mich doch gar nicht an. Au. Oh, oh, jetzt hör hier. Oh, oh, oh. Ja. Jetzt haben wir ihn. Da ist er. Das hat wir geschafft. Toll. Gar nicht auszudenken, nicht? Wenn jetzt die Flut gekommen wäre und das Tor wäre offen gewesen. Was sagen Sie überhaupt? Wieso? Wieso ist denn hier mitten im Deich so ein Durchlass? Das ist doch gefährlich. Ja, das ist er. Aber im Inland gibt es ja Becher und Flüsse. Und das muss ich irgendwo hin. Das muss. Ah ja, die müssen ja zum Meer fließen. Ja. Aha, ich begreife. Und wenn da nur ein Deich ist, dann geht das nicht. Da muss irgendwie ein Loch im Deich sein. Und das ist das Ziel? Das ist das Ziel hier. Aha. Jetzt müssen Sie also jedes Mal bei Ebbe und bei Flut diese Klappen, diese Tore auf und zu machen? Nein. Das geht automatisch. Ah, jetzt begreife ich. Automatisch. Natürlich. Wenn die Flut kommt, dann drückt sie die Tore hier zu. Und dann kann nichts passieren. Dann kann das Meer nicht ins Land hineinlaufen. Und bei Ebbe, da drücken die Bäche und die Flüsse die Tore wieder auf und das Wasser kann raus. Toll. Das ist wie ein Ventil, nicht? Genau. Wie ein Fahrradventil. Aber jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ich habe schon so viele Leute gefragt, weil ich mache mir Sorgen. Ähm, wie hoch ist der Deich? Gute sechs Meter über dem normalen Hochwasser. Gute sechs Meter über dem normalen Hochwasser. Die anderen haben doch alle was anderes gesagt. Sehr verwirrend, das. Ah, Moment noch, Moment noch. Ich habe noch eine Frage. Äh, das Hochwasser. Wie hoch ist denn nun das Hochwasser? Das ist gute drei Meter über Niedrigwasser. Gute drei Meter über Niedrigwasser. Das ist schwer zu begreifen. Ich muss doch mal diese Deichgräfin fragen. Die muss mir das erklären. Wo finde ich denn die? Die ist eben hier Langlopen. Langlopen. Gut, danke. Tschüss. Die Flut steigt. Womöglich die Sturmflut. Sind jetzt die Deiche hoch genug? Moment mal. Was haben wir denn da? Was will die denn am Deich? Eine Touristin? Die nehmen ja alles mit als Souvenir. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Die macht ja Löcher in den Deich. Das ist doch gefährlich. Sie sollten das lieber nicht machen. Was? Na, hier im Deich rumstochern. Sehen Sie mal, so ein Deich ist eine sehr sensible Angelegenheit. Wenn man da rumstochert, könnte es ein Loch gehen. Das Wasser läuft rein, das Loch wird größer. Dann kann noch Erde weggespült werden und der Deich bricht. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ja, das ist sehr gefährlich. Ich weiß das. Ich bin nämlich hier die Deichgräfin. Sie, die Gräfin, habe ich mir ja irgendwie anders vorgestellt. Irgendwie feiner. Auch eine Deichgräfin. Also, ein Deichgraf oder eine Deichgräfin sorgt dafür, dass der Deich auch in Ordnung ist. Und das machen Sie? Ja. Der Deichgraf trägt die Verantwortung für den gesamten Deich. Damit das Leben hinterm Deich sicher ist. Und dazu muss man adelig sein? Nein. Aber aufpassen muss man. Das ist nicht passiert. Und so was könnte jederzeit passieren. Eine Sturmflut. Auf diesen Steinen habe ich ja eben noch gestanden. Himmel, wenn jetzt die Wellen einen Angriffspunkt finden und durchbrechen, da holt sich die See das Land hinter dem Deich. Dann sind die Bauern in ihren Häusern dahinter nicht mehr sicher. Oder wenn der Deich nicht hoch genug ist. Der Anlegesteg ist schon unter Wasser. Das Vorland auch schon überflutet. Gut, dass die Bauernhäuser hier auf Erdhügeln stehen. Und dass es die Gräfin gibt. Die passt auf. Ich sehe schon, jetzt bin ich an der richtigen Adresse. Ich habe nämlich schon überall rumgefragt. Und jeder sagt mir was anderes. Jetzt sagen Sie mir doch mal, wie hoch ist der Deich? Ja, also hier ist er 8,80 Meter über dem Meeresbiet. Wieso hier? Ist er denn woanders höher? Ich meine, dann würde ja das Wasser hier reinlaufen. Oder ist er woanders kleiner, dann würde das Wasser da reinlaufen, nicht? Ja, also das ist so, wir richten uns hier nach dem mittleren Kidehochwasser. Hä? Ja, also das ist die normale Flut. Ebenflut ist bekannt, nicht? Ja, und die ist hier überall anders hoch. Aha. Das hängt natürlich auch vom Wind ab. Der schiebt ja die Wasserberge hier nur so rein. Also jedenfalls ist der Deich hier 7 Meter über normale Flut. Aha, 7 Meter. Ja, aber was ist, wenn das Hochwasser jetzt oder die Flut eben noch höher steigt, nicht? Ich sage nur, Sprengflut. Oder wenn der Mond übermorgen noch näher kommt, Sturmflut. Was dann? Ich meine, wie hoch kommt denn dann? Ja, also da haben wir Sicherheiten eingebaut. Die letzte große Sturmflut war 4 Meter über normale Flut. Und das heißt? Das heißt, dass der Deich dann immer noch 3 Meter höher war als das Wasser. So ist es. Das langt doch. Da bin ich beruhigt. Dann wird mein Bauwagen in Bierstadt trocken bleiben. Weil es nämlich den Deich gibt. So ein Deich ist übrigens auch sehr praktisch, wenn mal keine Sturmflut ist. Man kann nämlich so schön darauf Drachen steigen lassen. Ja, und das kann ich ja nur ganz beruhigt. Denn die Deichgräfin und all die anderen Leute, die passen ja auch ab. Wie ein Bärster kann nix passieren. Ja, gut. Und diese Deich group wird für Menschen Del işe über Tyler Wels ein. Und wenn wir jetzt haben,